Herzlich Willkommen zu einer weiteren Woche Gold United Jetzt muss ich mal das Bild wieder ablesen Im Stadion eingestellt werden An der kleinen Seite aber hier sieht man hier Da sollte ich hier eingehen Als nächstes wird der Bankplatz gebaut Der Bankplatz wird gebaut Wenn die nur Liga anfängt Liga ist aufgehört Ich glaube ich würde gehen hier 7. vor Wenn man schon auch Spaß zu betrinken Wenn ich jetzt ankommen Gut also hier habe ich gar Ein paar Probleme mit diesen Natürliches Schatz Da aber meine Bitte Dann haben wir hier Kundenverkaufschlager Wenn das auch gegen Kundenverkaufschlager Wenn ich den verkaufe Bin ich schon heavy Dann werden sie auch durch die Zahlen aus Der Rechnung immer noch so weit Dann haben wir hier noch mal schön Dann haben wir hier noch mal schön Wenn ich euch den 3 haben Weil der ein guter Punkt klinge war Dann bin ich nicht draufrechnen Nee Dann muss man schauen Also wenn ich das auch gewinne Wenn ich so ein verdammt gegen Kviertel Oder irgendwo noch Ja Ja Wenn ich das schon machen können Hier hat er locker das draufkippt und dann kommt mehr Kappt als tot. Ja, mehr Kappt als tot. Aber dann kommt er die Punkte wieder mal drauf. Wenn ich klick auf Pizze, gehe ich zweimal drauf. Weil ich hier mehr als tot. Dann hast du hier oben gute Zahlen, aber hier unten nie so glaube ich die Zahlen. Das ist echt gut zu lang. Jetzt haben wir den Urzammeln und dann kannst du die V-Sechnen einmal in der Wordpress gleich gehen. Dann kannst du entscheiden. Hier ist natürlich Start und einfach wozu. Die Balanzen schauen nicht so sehr losig aus. Aber ich habe dann in dem Punkt noch mal so. Ach, ich bin keine Sorgen, warum auch keine. Jetzt sind so höhere auch nicht. Ich habe hier einen Trick. In Ete 19 und Fili, wo ich gerade in das spielen will, wissen, dass ab der 19. Blutsektor und sonstiges nur noch aber sonst irgendwas was sieht jetzt hier wenn ich den hier drin hab sehe ich hier nicht mal die Zahlen gelangen wenn auch da ist ja so kann ich mir die Länge her da behalten und das ist schön nur sehen die das gar nicht gleich mehr rum brauchen das ich weiß ja nicht wie lange die anderen sind außer ich möchte sie auch brauchen dann will ich auch so her gehen dass ich von oben sag alter 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 ja da das alter war es langsam egal wie kann ich sagen wenn ich ein paar letzten spiele und du hättest auch aber es geht doch so viel ist geklaut gehen wir schlagen die da noch das ist jetzt das ist das ist das ist Fernsehgelohnen, ich hab vorher ein anderes, äh, äh, ganz äußerst, desto leid, fertig. Die Bank, da ich kein Gedicht zur Zeit, wenn man hier sieht, so viel, wie es 30.000 drin ist, wenn da es dann drin ist, dann ja, ich kriege das Geld, wenn ich in Chile kommt, Ich bin von 18. Tag bis zum 6. Tag bis zum 6. Tag Der läuft jetzt etwas länger, aber kriege ich auch hier mehr. Und dann kann ich das Ding anlegen, wenn ich das rauskriege. Aber du bist nicht das zu Hause. Bloß das Geld was ich gekriegt habe, bloß das was ich verdient habe. Kann ich mir überlegen, ob ich es nochmal anlege oder nicht. Deswegen sage ich jetzt auch schonmal tschüss. Weil ich nicht das gleich noch reden soll. Und das war es jetzt auch. Kann ich mir das Ding anrufen, also tschüss. Tschüss.